Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu den deutschen Präfixen. In einem ersten Video haben wir uns mit den trennbaren Präfixen beschäftigt. Heute haben wir die untrennbaren Präfixe b, imp, int, r, g, miss, ver und zer. Zuerst wollen wir lernen, wie diese untrennbaren Präfixe funktionieren. Da haben wir das Verb kaufen. Wir sagen, ich kaufe ein neues Auto. Wir können dieses Verb mit verschiedenen Präfixen haben. Da haben wir das Verb mit dem Präfix ver- untrennbar. Zum Beispiel, ich verkaufe mein Auto. Sie will ihr Auto verkaufen. Wir haben unser Auto verkauft. Er versucht, sein Auto zu verkaufen. Da haben wir verkaufen im Präsens. Das Verb ist auf Position 2. Ver- bleibt zusammen mit dem Verb. Da haben wir verkaufen als Infinitiv am Ende. Da haben wir Partizip Perfekt verkauft. Da brauchen wir g, nicht? Da haben wir verkauft zusammen am Ende. Und da haben wir zu plus Infinitiv. Zu schreiben wir alleine. Dann haben wir unser Verb mit dem untrennbaren Präfix. Nun schauen wir uns die Präfixe an. B, zusammen mit dem Verb suchen. Da haben wir das Verb besuchen. Zum Beispiel, sie besucht ihre Eltern. Das Präfix emp mit dem Verb fangen. Da haben wir das Verb empfangen. Zum Beispiel, er hat uns an der Tür empfangen. Ent, zusammen mit dem Verb kommen. Da entsteht ein neues Verb entkommen. Zum Beispiel, der Fahrer ist dem Tod entkommen. Er, zusammen mit dem Verb fahren. Da haben wir das Verb erfahren. Zum Beispiel, seine Frau hat alles erfahren. Geh, mit dem Verb fallen. Da haben wir ein neues Verb gefallen. Zum Beispiel, diese Stadt gefällt mir sehr. Miss, als Präfix haben wir selten. Da haben wir miss mit dem Verb verstehen. Missverstehen. Zum Beispiel, er hat mich missverstanden. Ver, zusammen mit dem Verb kaufen. Da haben wir das Verb verkaufen. Zum Beispiel, zum Beispiel, wir verkaufen unsere Wohnung. Und zuletzt haben wir das Präfix zerr mit dem Verb legen. Zerlegen. Ein Beispiel dafür. Ich habe mein Motorrad zerlegt. Da haben wir die untrenbaren Präfix. Noch einmal. Die untrenbaren Präfix sind im Deutschen unbetont. Das heißt, wir betonen immer die zweite Selbe. Wir haben das Verb kaufen mit ver gesehen. Da sagen wir verkaufen. Nicht verkaufen. Also, die zweite Selbe wird betont. Die erste Selbe. Das Präfix selbst ist nicht betont. Das war es für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020